Unten ist jemand gespawnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir gehen auf unsere Obsession hier vorne, spielen uns auf Distanz, das ist erstmal absolut okay. Den neuen Chasey zu starten, das ist ein bisschen ekelhaft. Die spielen uns zu zweit auf Distanz hier, smartes Gameplay, flink, kein Flieger. Schaut her. Crazy Shift-W. Einfach nur geradeaus rennen, Leute, ist die beste Strategie. Leute, sind wir vielleicht das Problem? Stark. Starkes Ding vom Zombie. Zombie besser als der Killer. Diese Runde, ja. What? Oh. Stark. Waren wir bei Michaela? Oder bei wem waren wir? Wen hatten wir am Hoch, Leute? Ich will jetzt nicht tunneln. Ja! Ja! Ich glaub, Sarina war am Hook. Echt? Okay. Aber ihr seht, wie clean alles... Danke dir, Panzerfrosti. Ihr seht, wie clean hier alles läuft. Ihr seht, wie clean die Hits laufen. Unsere Fähigkeit. Wahnsinn. Wie viele Hooks haben wir? Ich mein, die Survivor haben die Map gedroppt, Leute. Ich versteh's nicht. Ist nicht wirklich, oder? So, vertraulich. Kein vertraulich. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Der Fähentlern ist. Okay, jetzt geht's. So, dann hängen wir sie auf. Ich weiß nicht, ist die Phase 2 gekommen oder irgendwas? Ach, kommt schon. Das war fair gespielt, Leute. Ich bin... Ich hab sie... Ist auch egal. Die klauen mir meine Hooks, Leute. Wirklich. Okay. Es ist zu hoch, der Luke, huh? Sauber. Warum bleibe ich hier die ganze Zeit hängen, Leute? Ist doch echt... Das ist nicht so cool. Acht Stacks, safe best. Hier hustet irgendjemand neben uns. Sie ist tot. Ist die Phase 2 gekommen, oder waren das jetzt drei Hooks, Leute? Bei ihr waren es drei Hooks. Wie viele Hooks haben wir bis jetzt, Leute? Die Zombies sind auf der anderen Seite. Oh, ne, einer kommt hier vorbei. Das ist gut für uns. Halt mal was. Hier sind Tote. Hier rechts untote. Da ist jemand im Schrank drin, Leute. So, wir laufen ganz kurz. Lassen Sie rauskommen. Warum in den Schrank? Nicht mit mir, Bitch. Das hier ist eine normale Stunt-Time, by the way, Leute. Ihr habt's gesehen. Sie hat uns gestunt auf der einen Seite. Wir haben uns umgedreht. Sie ist sofort gedowned. Und die Survivor von letzter Runde konnten nach einem Stun, konnten die diese Distanz bis zu dem Haken da vorne, konnten sie hinlegen, während sie mich gestunt haben. Das ist schon ein krasser Unterschied, ne? Heftiger Unterschied. Okay. Fenster. Sie wird rechts dran vorbeisliden und dann wieder reinrennen in die Mitte der Map. Was schwierig ist, weil die Zombie-Beziehungen klatschen. Fast! Let's go. Sechs Hooks, weil die eine, die dead on Hook war, hat disconnected. Ja, aber das zählt trotzdem, würde ich sagen. Keep rolling. Also der Disconnect zählt für mich als Hook. Okay, die andere ist ganz dahinten, Leute. Das Ding ist, äh, das können wir sehen, weil der Zombie sie chasen. Das Spannende ist, Leute, ähm, die Survivor haben ja die Map gedroppt. Das ist das Map für die Idee. Hi. Hat nichts geschrieben über Hooks. Ja, ja, keep rolling. Aber ich würde sagen, wir zählen das auf jeden Fall als Haken. Wie viele Hooks haben wir jetzt? Okay, Meg hat jetzt nur zwei Hooks gehabt. Äh, Michaela, denke ich mal. Drei Hooks? Nee, auch zwei Hooks nur. Okay, das ist weird. Wenn du jetzt hängst, sind das zehn Hooks. Echt? Ist nicht einer irgendwie Phase zwei gekommen oder so? Neun Hooks? Zehn Hooks? Okay. Ja, aber das ist okay. Das ist gut. Neun oder zehn? Ja, das ist absolut okay. Absolut okay. Nice. Schönes Ding. Wer hat denn die Map gezogen? Äh, gedroppt. Ah, okay. Zarina hat die Map genommen. Wegen Frontal wahrscheinlich. Ja, die hat da ein bisschen die Teammates auseinandergebumst, Leute. Das ist, äh, crazy. Scheiße, dass die eine disconnected hat. Ey, wir waren wirklich fair. Shadow, die Runde. Wir haben nicht getunnelt. Wir haben nicht gecamt. Klar, wir sind zurückgekommen zu den Hooks. Als ich mir unsicher war, ob wir Zarina nochmal am Haken hatten, hatten wir sie gedownt. Dann haben wir sie auch liegen gelassen. Ne, Ada haben wir, glaube ich, gedownt nochmal. - Bis zum nächsten Mal.